Radio SAB. Angie fasst allein zu Haus. Jetzt erst recht. Joachim, Frühstück schaffe ich heute nicht mehr. Du, unser Lütter in der Papai hat doch was falsch verstanden. Was? Wir haben doch gesagt, dass wir jetzt bei der Neuaufstellung der CDU Gas geben wollen, nicht? Und daraufhin setzt sich Philipp Amthor in seine Karre, drückt aufs Pedal und lässt sich in der 70er-Zone mit 120 blitzen. Ergebnis, ein Monat lappenlos, 450 Euro und die CDU ist keinen Schritt weiter. Also, er lässt den Bußgeldbescheid sogar noch von seinem Anwalt überprüfen. Ich meine, wie peinlich ist das denn? Glaubt er, er hat Sonderrechte als Politiker oder was? Vielleicht gibt es ja doch ein Gesetz, dass man 29-Jährige, die aussehen wie 17,5, nicht blitzen darf. Wir haben ja aber neu. Ja, ich komm ja. Du, ich versuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Aber wenn die Bußgeldstelle anruft, die Sache mit meinem Fahrverbot hat sich erledigt. Wieso? Ich hab den Sachbearbeiter mit halben Bezügen in den Ruhestand versetzen lassen. So geht Autokratie, Philipp. Mit Betonung auf Auto. Tschui. Moin, Robert. Na, heute schon geboostert? Guten Morgen. Ich bin doch noch gar nicht dran, Frau Bundeskanzlerin. Robert, nicht so bescheiden. Du bist doch jetzt einer von den oberen 10.000. Da genießt man schon ein paar Sonderrechte. Aber Frau Merkel, die Menschen denken doch... Robert, die Menschen denken sowieso, dass wir die haben. Wär doch blöd, wenn wir uns die da nicht aufnehmen, nicht? Pass auf. Wir treffen uns heute Abend bei Luigi Amore. Ein kleiner Italiener hier um die Ecke. Und da essen wir ein bisschen Antipasti. Und ich geb dir ein paar sehr wichtige Telefonnummern, okay? Ähm, ja, was muss ich dafür tun? Du? Du gibst mir einfach nur eine wichtige Telefonnummer. Deine? Deine. Angie fasst allein zu Hause. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.